Musik Zukünftig könnten auch unangekündigt oder kurzfristig angekündigte Specials ein gelegentlicher Programmpunkt der Sendung Patentat sein. Damit will ich in nächster Zeit beginnen, in dem es zumindest ein spontanes Special geben wird. Irgendwann in den kommenden Sendungen werde ich ein größeres Specials führen, welches aus einer weiteren unterhaltsamen und alternativ aufbereiteten wissenschaftlichen Arbeit bestehen wird. Dieses widmet sich dem Thema Pokémon. Leider weiß ich beim besten Willen bisher noch nicht, was an Pokémons rechtartikal oder pornografisch ist. Ich hoffe, dass wir das bis dahin noch ein Holzkopf erklären können. Für alle Leute, die sich nur dafür interessieren, meinen Raum hier zu fühlen, meine Eier zu küssen, meine Bälle zu streicheln oder mein Promio zu lutschen, wird das womöglich das falsche Programm sein. Das können wir vielleicht ein anderes Mal nachholen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Allen anderen wünsche ich viel Spaß.